Koinei. Mal wieder umschalten auf Gilde hier. Das seh ich euch nicht. Ich bin froh wenn ich erst mal auf den Server komm. So Skitter. Okay. Das auch ja. Egal wie. Wir sollten wirklich mal alles Alphala von der Anfangswelt kicken. Was ich gemerkt hab, wenn du auf den Server joinst und dann im Charaktermenü bist, fliegst du nicht raus. Egal wie lange du da bist. Benutze Sandburg hier. Tooser Beach. Ich werde genau um halb acht reinkommen. Danach fahre ich zu meiner Freundin. Toll. Also geiles Timing. Was hat denn der für ein Skill, dass er so hoch kann hier? Ach der hat den Ader gesehen. Es ist so, wenn man Bergbau den Beruf hat, sieht man dann die Ader auch auf der Karte wie bei WW z.B. irgendwie leuchten. Da sieht man es besser. Achso. Ja hier. Platten. Plattenunterteil. Das heißt neue Hose. Schauen wir mal was wir da Schönes bekommen haben hier für die Quest. Also. Unbekannte Beinschienen. Also Hosen haben wir ja gesagt. Bekommen wir. Epische Hosen. Alles besser außer ein Stärke weniger. Scheißegal. Tun wir das, was wir da hatten. Entzaubern. Dann sollten wir den Mats später für irgendwas kriegen. Dann haben wir unbekannte Beintaschen. Das Taschensinn ist glaube ich ein Gürtel. Genau. Auch episch. Ist auch bei allem besser. Dann tun wir das alte wieder ein Zaubern. Ist das schon das Richtige oder? Ja. Manchmal wechselt er nicht, wenn es leckt. Und dann haben wir hier unbekannte Panzerschuhe der Königsgarde. Auch episch oder was? Jawoll. Auch alles besser, aber drei Stärke weniger. Mehr Ausdauer und Spiritualität. Das ist jetzt Tank-Set glaube ich. Okay, schade. Ich wollte mehr Schaden machen, aber gut. Dann halte ich den PvP vielleicht länger aus und kann die auch nicht töten. Und kann das Spiel gerade nicht öffnen. Also wenn du dann joinen kannst und es dann schwarz bleibt der Bildschirm. Kein Stress. Einfach warten eine Minute oder zwei. Dann geht es weiter. Okay, passt, habe ich hier. Irgendwann muss ich Taschen aufräumen. Aber ich habe keine Zeit zum Aufräumen. Oder keine Lust mehr, hat er weniger gesagt. Lebt noch gut. Was muss ich jetzt machen? Benutze den Sandburgdamm, um eine von Sideros Sandburgen zu beschützen. Dampfe Sandburg bauen. Achso. Quest abgeschlossen. Sprich mit Susanne Trieste. Susanne Trieste. Ach, das ist da hinten. Hat dieser eine beim Gleiter so ein Skill, dass er nochmal so hoch pushen kann oder habe ich das auch und weiß das nur nicht? Ich bin bei Bank heißt echt nie was. Ja, ist ein Zufall. 50% Chance, dass du was gewinnst und verlierst. 50-50, halt. Ist ein Glücksspiel. Mal verliert man, mal gewinnen die anderen. So ist das im Leben. Müssen wir gleich mal lieber Kunte wieder etwas aufmachen. Braucht frische Luft. Und drehe ich bald noch mehr Blödsinn. Gut. Ich hatte schon so Schiss. Ich habe ja geschrieben in Facebook heute. Ich poste immer, wenn ich online gehe und was ich so vor habe. Und dann habe ich geschrieben, ja hier bla bla bla, ich starte gleich und so weiter. Dann habe ich dann gelesen, Maintenance heute von 4 bis 10. Dachte ich mir, wie von 4 bis 10. Aber zum Glück nachts, zum Glück nachts. Von daher alles gut. Ich dachte schon, scheiße, was mache ich jetzt? Klar haben wir noch andere Spiele, logisch. Ist auch kein Problem. Aber es ist jetzt Release und dann möchten wir das erspielen hier. Ach, ist unser Bro wieder rausgeflogen? Warte mal. Geschrieben, yes, yes, haha. Der hat glaube ich wieder DC. Mein zufälliger Random Quest Freund. Nachdem ihr alle nicht connecten könnt, muss ich mal Freunde suchen. Noch mehr Blödsinn, dann beeil dich lieber mit dem Fenster aufmachen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Patronk. Uno momento, Ladies. Aber bis dann mal direkt aufs Klo. Ich nutze die Chance. Fenster auf und dann pullern. Musik. Jetzt ist es gut. Ich bin auf dem Punkt, sei es gut. Ich halte mich nicht. Ich halte mich. Nein. alguier, das ist gut. Ich halte mich. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. Ja, ich bin unter 1500. Ja, das kann dauern. Ich warte nun. Alles klar, Eye of Death. Bis später. Ich habe nur gerade kurz geschaut, weil da war einer PvP eben. Was? Gags? Geh mal Bär der Gilde und auch mit denen, wo off sind. Nochmal auf deutsch. So. Holzknappheit. Sind wir jetzt im anderen Gebiet oder wie? Nee, oder? Nee, wir sind immer noch hier. Nur auf dem Berg oder so drauf. Geh mal bei der Gilde und zeig mal alle, die in der Gilde sind. Auch die, wo off gerade sind. Achso, einfach alle Leute zeigen, die in der Gilde sind. Jetzt hat... Ähm... Äh, da. No. Oh. Jack, you're from Germany. Haha. 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 Dennis, ey. Troll, der den einzigen Mod hier hat. Haha. Alter, alter. WB-Übnik. Da haben wir. Haha. Was ist denn das? Sprich mit... Okay. Fälle, alte Bäume, um Holz zu sammeln. Okay. Besiege gegen das Typs verzauberte... Wir kämpfen jetzt ein... Ohne Scheiß. Wir kämpfen gegen eine Axt. Ist verarschen. Ohne Scheiß. Oh oh. Da ist ein PvP da. Der schaut schon so. Das kämpfen wir gegen Axte? Das habe ich schon mal gemacht irgendwo. War das auch nicht im WoW? Gegen Axte kämpfen und so? Nein, nix, Leute. Warum? Nirgend... Ich war halt du nicht on was grad. Ich hab einfach... Ich hab auf oft noch nie geklickt hier. So, jetzt kämpfen wir gegen Waffen. Gegen Waffen kämpfen ist immer gut. Die haben nur Blödsinn im Kopf, ja. 50 ist Level Cap, ja. Erstmal. Aber ist dann noch... Ist das schon... In anderen Ländern ist das schon weiter. Also... Korea da. Ich weiß nicht, wie viel Level haben die schon in Korea? 60? 70? Und in der Alpha warste glaube ich auch weiter mit Patch 1.7 oder so. Habe ich gehört von euch. Ich hab ja nicht gespielt. Nö, einfach Questen hier. Du kannst ja alles machen. Und da bist du durch jeden... Kriegste Punkte durch jeden Schmarrn. Durch Farmen. Sogar durch Rüstung durch Sachen herstellen. Wenn du dein Berufsbild kriegst, kriegst du auch Erfahrungspunkte. Questen, Farmen, Rüstung herstellen. Was weiß ich. Ich weiß nicht, was du für Angeln kriegst. Aber du kriegst halt für viele Sachen. Fälle, Bäume. Wie kann ich... Du musst oben auf dem Plus machen. Auf dem Fenster. Plus. Und dann gibst du Namen ein, wie das heißen soll. Und dann machst du rechte Maustaste. Einstellungen. Also Tab Einstellungen. Dann kannst du bestimmen, was du sehen sollst in dem Fenster. Mit dem gleichen Bau nochmal verändern. Hier ist ein anderer. Was machst du so für Berufe? Hochgags. Ich dachte mir... Rüstungsschmied. Bergbau. Und Alchi. Äh... Kräuter oder irgend sowas. Warte. Also... Ich wollte eigentlich Rüstungsschmied. Waffenschmied. Ja. Tres.